Jo. Was geht ab? Du hast richtig gelesen. Im Titel und Thumbnail des Videos steht es geschrieben. Ich werde am Ende dieses Videos deinen Namen schreiben. So ist es. Du hast richtig gehört. Ich schwöre bro. Ich verstehe es, wenn du mir nicht glaubst und vielleicht geschockt bist. Aber warte ab und schau zu. Es ist Magie. Ich werde buchstäblich deinen Namen schreiben und ihn hier zeigen. Okay? Bist du bereit? Für diesen epischen Moment? Dann geht's jetzt los. Hoppala. Ops. Wir haben ein Problem. So kann ich dir nicht deinen Namen zeigen. Weil dieser verdeckt ist, werde ihn wohl erstmal sichtbar machen müssen. Aber bevor ich anfange, wette ich mit dir, dass du es nicht schaffst, dieses Video zu liken, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke dabei zu drücken und OMG in den Kommentaren zu schreiben, bevor dein Name sichtbar ist. Also, nicht lange schnacken. 3 2 1 Los Siehst du. Ich habe es dir doch gesagt. Dein Name. Oder? Gut. Man sieht sie sich. Man sieht sie sich. Man sieht sie sich. os.